ja servus leute und wie immer herzlich willkommen hier bei mir auf dem channel wie ihr sehen könnt und oben im titel lesen könnt hier ist mein allererster motorblock und zwar auf meiner kdm 1290 super tube r ja wie kommt es dazu dass ich jetzt motorblocks mache erstmal ein riesengroßes dankeschön an senna deutschland die haben mir dieses kommunikationssystem zur verfügung stellt dementsprechend kann ich euch jetzt motorblocks bieten es geht einfach mit diesem system deutlich einfacher diese tonaufnahme aufzunehmen daher kommt jetzt ein motorblock ich habe leider schon online bzw über instagram recht viel negative kommentare bekommen nein macht bitte keine motorblocks nicht wo auch noch jungs und mädels sie müssen keine angst haben dass mein youtube channel jetzt irgendwie verblödet weil ich irgendwelche sinnlosen motorblocks online bringen werde ich versuche das alles seriös ablaufen zu lassen ja was habe ich überhaupt vor ich dachte mir motorblocks baue ich etwas anders auf wie andere beziehungsweise ich versuche es wirklich zu meinem channel anzupassen ich werde jetzt hier nicht irgendwie sinnlos durch die stadt fahren und irgendwelche frauen ansprechen und auf diese reaktionen warten und hoffen dass diese videos klicks bieten ohne ende ich versuche wirklich videos zu bieten die euch interessieren und vor allem die zu meinem channel passen ja was habe ich so alles gedacht was ich bringen könnte das erste was wirklich interessant ist und worauf ich selber extrem viel lust habe sind einfach probefahrvideos von verschiedenen motorrädern verschiedene hersteller und auf jeden fall der motorräder die euch interessieren als wenn ihr irgendwelche interessen habt an motorrädern schreibt es mal hier die kommentarliste ich denke mal da kann man auf jeden fall in zukunft ein paar händler ansteuern die mal ein motorrad rausrücken für eine etwas längere probefahrt ich habe jetzt auch schon aktuell ein händler im petto das ist der motorradhändler aus würzburg hmf motorräder die haben jamaher kdm und so ich denke mal da werde ich in naher zukunft ein paar motorräder probefahren und einfach mein feedback zu diesen motorrädern bringen bzw meine eindrücke wo ich mich auch tierisch darauf freue sind so vergleichsvideos ich habe jetzt aktuell eine etwas ältere super tube kann man sagen es gibt ja mittlerweile die nachfolger die hat den quickshifter die hat kurven abs die hat die einstellbare traktionskontrolle das hat leider alles dieses motorrad nicht dementsprechend freue ich mich natürlich so paar unterschiede kennenzulernen und gerade das ist doch interessant in den motorblock ja zumindest zu erfahren deswegen hier geht es nicht irgendwie darum dass ich irgendeinen stuss film ich möchte wirklich interessantes video material bieten dementsprechend stellt sich natürlich die frage was kann ich euch noch anbieten ich habe mir so gedacht weil jetzt schon öfters gefragt wurde wie kann ich mir denn so eine super tube leisten ich kann ja mal ein video dazu bringen was überhaupt die unterhaltungskosten von diesem motorrad sind und am besten sogar im vergleich zu einer 690 denn ich bin ja selber mal eine smcr gefahren und da kann ich eigentlich euch sehr gut den kostenvergleich darstellen was dieses motorrad kostet im vergleich zu einer 690 smcr wenn ihr wirklich irgendwelche themen habt die euch interessieren die wirklich für motorblock angemessen sind schreibt einfach in die kommentar liste ich werde versuchen hierzu motorblock zu bringen und es muss natürlich nicht irgendein scheiß sein es muss wirklich zu meinem channel passen also bitte kommt jetzt nicht hier ich soll irgendeinen block machen wie ich über die landstraße mit 200 kacheln das wird nicht kommen es kann gerne mal ein motorblock kommen und zwar wenn ich hier meine super tube ausfahren werde auf der autobahn ich bin sie erst ein einziges mal ausgefahren und ja es ist wirklich grenzwertig aber dazu kann ich auch mal gerne ein motorblock machen deswegen ihr braucht wirklich keinerlei angst zu haben dass hier jetzt mein channel irgendwie verdummt in irgendeiner art und weise ich versuche das wirklich alles seriös zu halten und vor allem angepasst ich möchte auf jeden fall dieses system was ich gerade montiert habe auch mal auf der rennstrecke ausprobieren und mitnehmen ich weiß ja persönlich nicht ob ich in der lage bin ein rennen zu fahren und gleichzeitig mit euch zu reden das sind einfach konzentrationsmäßig zwei verschiedene punkte ob ich die zusammen bekomme ist so eine sache ja wo sind wir heute eigentlich hier ich bin in der schönen Rhön unterwegs das ist meine heimat wir sind auf knapp 800 höhenmeter 900 höhenmeter ganz genau kann ich es euch jetzt gar nicht sagen das ist so die erste strecke und die letzte strecke die ich hier mal anfahre in der saison hier oben liegt normalerweise noch schnee im frühjahr dementsprechend ist es für mich eigentlich pflicht hier mal hochzufahren mache heute eine kleine sonntagstour deswegen dachte ich mir das kommt es eigentlich angemessen euch mal mitzunehmen bitte entschuldigt in irgendeiner art und weise wenn das mikrofon noch ein bisschen kratzt wenn die bildaufnahmen nicht passen wenn der winkel nicht passt das ist wirklich mein erster motorblock ich habe es vorher nicht geübt ich bin gespannt was rauskommt dementsprechend seid bitte nachsichtig ja aber ich würde mir fast schon wieder sagen das war es ja auch mit dem video ich möchte es wirklich kurz halten jetzt in naher zukunft kommen auf jeden fall probefahrvideos mit verschiedenen motorrädern ich habe das mit dem einen händler schon ausgemacht da kann jetzt in naher zukunft was stattfinden ebenfalls ist schon etwas im winter geplant hierzu hoffe ich es kann stattfinden und zwar werden diese pitbikes ja immer größer und immer interessanter ich habe einen kollegen von mir der vertreibt diese pitbikes und er hat doch mal gemeint wie sieht es aus hast du im winter irgendwie bock da drauf ein video zu machen wie du mit dem pitbike von mir fährst und wir sind in der halle die wir extra anmieten dementsprechend wird es wahrscheinlich im winter auch nicht langweilig ich werde im winter auch so ein paar blocks bringen ich hoffe natürlich das klappt alles ich bin saisonfahrer dementsprechend ist ende oktober auch hier mit meinem motorrad schluss dann werde ich kein motorrad mehr auf der öffentlichen straße fahren sondern nur noch rennstrecke ich habe im winter mal gerne vor mit meiner 450er in der halle zu fahren problem ist in deutschland gibt es extrem wenig möglichkeiten supermotor in der halle zu fahren es gibt 1-2 hallen die das zulassen die sind aber für mich immer extrem weit weg und der zweite nachteil ist man kann meistens bloß 2-3 stunden fahren das bedeutet also die anfahrt ist wirklich extrem lang für ja recht wenig fahrspaß ich schaue mal wie ich das hinkriegen werde ob ich was finde in meiner umgebung oder ob man einfach was plant dementsprechend bin ich selber gespannt wie es so im winter weitergehen wird ich werde mir jetzt im winter eine 350er sxf zulegen hier stellt sich halt noch die frage welches baujahr wie alt das motorrad ja wie viele stunden hat sie drauf ich habe natürlich das glück dass ich meinen partner habe motorradersatzteile24.de ich habe hier schon die möglichkeit bekommen das motorrad etwas durchzuwarten das heißt also kolben eventuell neue ventile sämtliche kupplungskomponenten austauschen das kann ich natürlich dank meinem partner etwas leichter bzw kostengünstiger durchführen dementsprechend bin ich sogar am überlegen ein etwas älteres motorrad zu besorgen das einfach ein paar mehr stunden auf dem tacho hat weil ich kann sehr recht günstig durchwarten den kleinen vorteil für euch ist natürlich wieder ich kann videos bieten ich habe nämlich im winter vor meine supermoto und im endeffekt dann sogar die crosser die ich mir vielleicht zulegen werde es kommt halt immer noch darauf an wie viele stunden sie hat und welches baujahr einmal komplett durchzuwarten hierzu kommen wieder videos meine supermoto möchte ich wieder kompletten 1-teile zerlegen und möchte wirklich alles warten das heißt die lager anschauen welches zustand sie sind die simmerringe alle austauschen gerade an den radlagern die sind nämlich mittlerweile schon recht stark kaputt also nicht die radlager selber sondern einfach die die simmerringe die dichtungen durch das viele eilen ausbauen und den ganzen schmutz sind diese simmerringe etwas beschädigt die möchte ich erneuern hierzu folgen natürlich wieder videos schrauberglock videos finde ich sehr interessant somit wird der winter wirklich nicht langweilig mich würde es persönlich aber noch interessieren wie findet ihr das dass ich jetzt schrauber beziehungsweise entschuldigung nicht schrauber videos dass ich motorvlogs anbieten möchte und auch im endeffekt anbieten werde ich wollte zwar nie auf diese schiene gehen ich finde es halt mittlerweile echt traurig was die großen youtuber in anführungszeichen für motorvlogs bringen mir kann es den Leuten nicht übel nehmen die leben mittlerweile davon die machen das was am meisten klickzahlen bietet und ja ihr als zuschauer schaut nun mal das an dementsprechend machen diese ganzen youtuber ja eigentlich nur das was ihr sehen wollt es muss auf jeden fall klickzahlen bieten und das was es bietet das machen sie auch ich versuche jetzt hier nicht auf diese schiene aufzusteigen ich habe es ja schon angesprochen ich versuche es wirklich den channel angepasst vorzubereiten eigentlich durchzuführen weil ich nicht lust habe hier irgendeinen ja scheiß zu filmen und zu reden das soll wirklich zu mir passen aber ich würde echt mal sagen das war es eigentlich hier mit dem motorvlog wenn ihr irgendwelche anregungen habt vorschläge kommentare irgendetwas schreibt es wirklich unten in die kommentarliste ich lese jeden einzelnen kommentar und freue mich auf jeden fall über euer feedback ich bin jetzt hier gerade in hausen das ist eine alte hausstrecke von mir ich würde mal sagen ich beende hier mit dem motorvlog ihr könnt aber noch das bildmaterial genießen dementsprechend servus und man sieht sich beim nächsten motorvlog aus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020